Um in Deutschland eine Altersrente zu bekommen, musst du immer eine Wartezeit erfüllen. Ohne diese Wartezeit gibt es keine Rente. Wie sieht es aber aus, wenn du irgendwann in deinem Leben mal mehrere Jahre in einem anderen Land gelebt hast oder vielleicht erst später nach Deutschland gekommen bist? Kannst du dann trotzdem auch über diese Zeiten im Ausland auf deine Wartezeit für Deutschland kommen? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Also nochmal, für jede Form der Altersrente in Deutschland brauchst du eine bestimmte Wartezeit. Also zum Beispiel für die Regel Altersrente, das ist die, die es ab dem gesetzlichen Renteneintrittsalter gibt. Da brauchst du mindestens fünf Jahre, ist also recht easy zu erfüllen. Wenn du aber früher in die Altersrente willst, also über so eine vorgezogene Altersrente, dann brauchst du mindestens 35 Jahre Wartezeit. Wenn du immer in Deutschland gelebt und gearbeitet hast, dann ist das natürlich kein Problem. Aber viele von uns waren ja doch mal eine Zeit lang im Ausland, haben da gearbeitet, gelebt oder sind eben später erst nach Deutschland gekommen und haben hier dann später viele Jahre gearbeitet. Wie sieht es denn für diese Menschen aus? Jetzt kommt es darauf an, um welches Land es sich handelt. Wenn es sich um ein Land aus der Europäischen Union handelt, safe, überhaupt kein Problem. Hier werden nämlich sämtliche Zeiten anerkannt. Das gilt auch für andere Länder in Europa, also zum Beispiel Norwegen oder die Schweiz und auch für alle Länder, mit denen Deutschland ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen, geiles Wort, ne? Also Sozialversicherungsabkommen hat. Das ist zum Beispiel die USA oder auch die Türkei, für viele Menschen hier in Deutschland wichtig. Aber zum Beispiel nicht mit Thailand, werde ich auch immer wieder gefragt. Mit welchen Ländern es solche Sozialversicherungsabkommen gibt und auch mit welchen europäischen Ländern es keine Schwierigkeiten gibt, wenn es um die Wartezeiten geht, das verlinke ich dir hier unten unter dem Video. Also grundsätzlich ist es erst mal kein Ausschlusskriterium, wenn du längere Zeit im Ausland warst. Wenn es um die Wartezeiten geht, dann musst du dir angucken, um welches Land es sich handelt. Ähnlich ist es übrigens auch mit der Erwerbsminderungsrente. Die bekommst du ja schon, wenn du unterhalb des gesetzlichen Renteneintrittsalters bist und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kannst. Die kannst du auch in vielen Ländern problemlos beziehen, aber eben auch nicht in allen. Mehr dazu in diesem Video. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald.